Das ist Herr Müller. Herr Müller ist IT-Administrator in einem mittleren bis großen Rechenzentrum. Wie die meisten Administratoren steht er einem immer größeren Arbeitsaufkommen gegenüber, das er kaum noch bewältigen kann. Er muss zum Beispiel Server überwachen, Storage verwalten, Filesysteme pflegen, Passwörter zurücksetzen und vieles mehr. Dazu kommen noch viele spontane Anfragen aus den Fachabteilungen. Herr Müller muss sich also mit der Bearbeitung von immer wiederkehrenden Routineaufgaben befassen und kann sich nicht der Entwicklung neuer und wichtiger IT-Projekte widmen. Solltet ihr doch einmal Zeit dafür finden, waren diese Projekte bisher immer zeitintensiv und damit teuer für das Unternehmen. Wenn Herr Müller zum Beispiel einen neuen Workflow stellen wollte, musste er manuell eine virtuelle Maschine erstellen, auf die Freigabe warten, den Server bereitstellen lassen, IP-Adressen bekommen, an das vorhandene Netzwerk anschließen und konfigurieren, Sicherheit konfigurieren, Datenbank bereitstellen, mit dem Backend verbinden. Das Problem dabei, zu viele Komponenten, zu wenig Zeit und zu wenig Mitarbeiter. Doch für Herrn Müller gibt es die Lösung. Flowstar. Denn Flowstar ist die IT-Automatisierung-Software. Flowstar automatisiert lästige Routinetätigkeiten und erhöht damit Effizienz, Produktivität und Verfügbarkeiten. Und das plattformübergreifend. Mit Flowstar können Sie individuelle Workflows gestalten, unkompliziert in Ihr Rechenzentrum implementieren und IT-Prozessor für Umgebungen wie Citrix, DataCore, Microsoft und VMware einfach und schnell automatisieren. Flowstar bietet Ihnen dazu bereits vorgefertigte Workflow-Sets für die wichtigsten Anforderungen, die sofort ausführ- und erweiterbar sind. Sowie eine umfangreiche Designer-Bibliothek mit mehr als 1200 Aktivitäten und vieles mehr. Mit Flowstar designen Sie individuelle, systemspezifische und systemübergreifende Workflows. Und zwar einfach und schnell, per Drag & Drop. Egal wie komplex. Aber Flowstar kann noch viel mehr. Als Middleware orchestriert Flowstar vorhandene Dienste und Services in den Bereichen VM-Patch Provisioning, Data Center Shutdown, Workplace Management, Migrationsdienste, Monitoring Preventive Action, Hybrid Cloud, ITSM Service Support, AD On-Offboarding, Business Continuity, Database, SAN. Ein Anwendungsbeispiel für den Einsatz von Flowstar als Orchestrierungstool im Bereich Monitoring, Preventive Action und Business Continuity. Das typische Horrorszenario. Der Serverausfall. Flowstar hält eine Alarmmeldung vom Monitoring-Tool und beginnt sofort automatisch anzuarbeiten. Der Fehler wird systematisch behoben, der Server gegebenenfalls neu gestartet und der Administrator benachrichtigt. Im umgekehrten Fall, zum Beispiel bei einem Brand, würde das System auch automatisch und kontrolliert mit Flowstar heruntergefahren werden können. Mit Hilfe von Flowstar wird somit eine wesentlich höhere Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit gewährleistet. Beispiel Workplace Management beziehungsweise AD On-Offboarding. Die meisten Infrastrukturen arbeiten mit verschiedenen Konsolen, mit jeweils eigenen Admin, zum Beispiel SAP, Active Directory oder Exchange Server. Wird ein neuer Nutzer angelegt, muss das der jeweils zuständige Administrator für jeden Server manuell einrichten. Mit Flowstar hingegen können mehrere Administratoren über mehrere Konsolen hinweg Prozesse automatisieren. Das bedeutet wesentliche Zeitersparnis und wenige Kosten für das Unternehmen. Herkömmliche Automation heute bedeutet, dass für unterschiedliche Anwendungen eine Vielzahl von Skripten sowie verschiedenen Open Source und Individualsoftware verwendet werden muss. Die verwendeten Skripte sind meist umfangreich, die Integration der Prozesse ist gering, schlecht dokumentiert und somit kaum nachvollziehbar. Durch Automation mit Flowstar gehört das alles der Vergangenheit an. Denn Flowstar fasst zeit- und ergebnisgesteuert unterschiedliche Anwendungen über Workflows zu einem komplexen Service zusammen und bietet ihnen somit eine erhöhte Integration ihrer Prozesse und damit Zeitersparnis und mehr Flexibilität. Mit Flowstar automatisiert ist alles kein Problem mehr. Herr Müller kann sich wichtigeren Dingen zuwenden und verschafft seinem Unternehmen durch Automatisierung mit Flowstar einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Also, warten Sie nicht länger. Testen Sie Flowstar 30 Tage kostenlos und entdecken Sie die Möglichkeiten. Mehr Informationen finden Sie unter www.flowstar.de